Jean-Pierre Adams galt in den 70er Jahren als einer der besten Verteidiger im französischen Fußball. Im Jahr 1982 unterzieht sich der ehemalige französische Nationalspieler einer Knieoperation mit fatalen Folgen. Wegen eines riesen Behandlungsfehler liegt er seitdem im Wachkoma, wo er seit 40 Jahren nicht mehr daraus erwacht ist. Wie es dazu kam, klären wir im heutigen Video, also bleibt dran. Der 1948 in Senegal geborene Adams zog im Alter von 10 Jahren mit seiner Familie nach Frankreich. 1970 wechselte er als 22-Jähriger zum französischen Erstligisten Olympique de Nîmes und machte dort nicht nur sein Debüt für die französische Erste Liga, sondern machte auch 1972 sein erstes Länderspiel für die französische Nationalmannschaft. Nach drei Jahren bei Nîmes wurde der Verteidiger nach Nizza transferiert, wo er insgesamt 120 Spiele absolvieren durfte. Er sich 1977 den Hauptstadtclub Paris Saint-Germain anschließen durfte. Nach zwei Spielzeiten bei PSG ließ er seine Laufbahn beim Amateurclub FC Charton ausklingen und hängte seine Fußballschuhe 1981 endgültig an den Nagel. Im darauffolgenden Jahr ziehte sich Adams eine Bänderrissverletzung zu und er wurde am 17. März 1982 in einem Krankenhaus in Lyon operiert. Ein paar Monate, so sagten die Ärzte, würde er wohl ausfallen und Adams soll ohne weitere Probleme aus dem Krankenhaus entlassen werden. Allerdings wird es dazu nie wieder kommen, denn sein Narkosearzt machte einen fatalen Fehler und gab ihm eine Überdosis von Betäubungsmitteln. Adams erlitt dadurch einen Bronchospasmus, der seinem Gehirn den Sauerstoff entzog und er ins Koma fiel. Und aus diesem Koma ist er seit heute nicht mehr erwacht. Als Mitte der 1990er Jahre ein Gericht über den Fall entschied, wurde sowohl der Narkosearzt als auch der Praktikant zu einer einmonatigen Bewährungsstrafe und einer Geldstrafe in Höhe von 815 US-Dollar verurteilt. Seine Frau Bernadette kümmerte sich weiterhin um seinen Mann, der seit über 39 Jahren im Koma liebt. Die Chancen, dass der ehemalige französische Nationalspieler überhaupt noch lebend aus dem Koma erwachen wird, werden immer geringer. Trotzdem weigert sich die Familie Adams, Sterbehilfe in Erwägung zu ziehen und hoffen darauf, dass noch ein Wunder passiert. So, das war die Geschichte vom Fußballer, der seit fast 40 Jahren schon im Koma liegt. Kanntet ihr die Geschichte schon vor meinem Video? Schreibt das mal gerne in den Kommentaren. Habt ihr noch weitere Themen, worüber ich mal gerne quatschen sollte? Ja, Leute, das war's für ein Video. Abonniert gerne meinen Kanal, liked das Video, bis zum nächsten Mal und ciao.